Ich heiße Sie auch nochmal ganz herzlich willkommen zur Bitcoin Online Masterclass. Zum letzten Teil. Ich stelle mich ganz kurz vor. Mein Name ist Max Wienke und ich bin Markteranalyst bei XTB Online Trading in Frankfurt. Kryptowährungen waren letztes Jahr das Thema, was am meisten Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und wir haben eine regelrechte Krypto-Euphorie erlebt mit immer größeren Angeboten an neuen Coins und unglaublichen Preisentwicklungen. Und ob der Wunsch nach einem alternativen Geldsystem so hoch war oder ob der Bitcoin nur als Spekulationsobjekt dient, das werden wir uns in der nächsten halben Stunde einmal genauer anschauen. Bevor es losgeht, noch der obligatorische Risikohinweis. Der Handel mit CFDs ist natürlich mit Risiken verbunden. Das heißt, für diejenigen, die der Begriff neu ist, sollten sich im Vorfeld oder vor dem Traden nochmal genauer informieren. Das können Sie auf unserer Website tun unter www.xtb.de oder auch auf unserem YouTube-Channel XTB Deutschland. Des Weiteren gibt es hier keine Handelsempfehlung, sondern die Webinare sollen Ihnen wirklich nur eine Hilfestellung leisten und Sie einfach bei Ihren Trading-Aktivitäten unterstützen. Dann kommen wir erstmal zum Inhaltsverzeichnis, damit Sie wissen, wie die Präsentation strukturiert ist und was Sie eben hier von dem letzten Teil erwarten können. Wir starten erst nochmal mit einem Blick auf den Kryptomarkt allgemein, was Sie berücksichtigen sollten, was so die wichtigsten Merkmale des Marktes sind und werden dann eben einen besonderen Fokus auf den Bitcoin legen. Da werden wir dann eben mal uns den Chart angucken und einfach mal schauen, was denn letztes Jahr wirklich so passiert ist. Auch eben die letzten Kursbewegungen seit Anfang des Jahres mal so ein bisschen analysieren und aufgreifen und dann auch mögliche Kursszenarien mal skizzieren. Dann, ja, der dritte Teil, da geht es dann nochmal um die Erfolgsfaktoren, die Sie beim Bitcoin-Trading berücksichtigen sollten. Ich habe das mal in drei größte Kategorien eingeteilt, nämlich nach Nachrichten, Chart-Technik und einfach nochmal so ein paar allgemeine Tipps und am Ende werde ich das für Sie dann nochmal kurz zusammenfassen. Also, was macht den Kryptomarkt so besonders? Der Kryptomarkt kann als eine neue Anlageklasse gesehen werden, da sich der Markt eben grundlegend von den klassischen Märkten unterscheidet. Also zum Beispiel dem Devisenmarkt oder auch dem Aktienmarkt und eines der Hauptunterschiede ist, dass Kryptowährungen extrem schwer zu bewerten sind. Also der reale Wert von virtuellen Währungen können nur sehr, sehr schwer beurteilt werden. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die Währung anguckt oder Währungspaare, dann kann man eben aufgrund der Zins- und der Konjunkturentwicklung eben diese Währung sozusagen bewerten. Und das, ja, diese Fundamentalanalyse, die fällt bei den Kryptowährungen in gewisser Weise weg. Für den einen hat der Bitcoin vielleicht noch Potenzial bis, wir haben ja teilweise Kursziele von Investoren gesehen, bis zu 500.000 Dollar. Die anderen sagen, dass es eine große Blase ist und sagen, dass der Bitcoin eben nichts wert ist oder eben vielleicht nur einem Wert von 100 Dollar entsprechen sollte. Also auch die Experten sind sich da eben noch nicht so ganz einig. Allerdings kann man beobachten, dass es eine unglaubliche Nachfrage nach alternativen Investitionsmöglichkeiten gibt und der Kryptomarkt profitiert davon offensichtlich. Ebenfalls attraktiv aus der Sicht jedes Traders ist natürlich die hohe Volatilität, denn Schwankungen bis zu 10% oder mehr am Tag sind nicht unüblich. Und ja, die Volatilität ist letztendlich ein entscheidender Erfolgsfaktor, wenn es eben darum geht, Gewinne an den Finanzmärkten zu generieren. Des Weiteren ist der Kryptomarkt ein sehr junger Markt, was natürlich für viele erstmal abschreckend sein kann, weil man eben noch nicht genau einschätzen kann, inwieweit Kryptowährungen unser Geldsystem oder auch eben unseren Alltag zukünftig verändern. Und wir befinden uns eben momentan im Umbruch und in gewisser Weise auch in einer Testphase. Außerdem haben wir eben auch wenig institutionelle Anleger. Das heißt, wir haben hier am Markt deutlich weniger Konkurrenz als zum Beispiel am Devisenmarkt, wenn man sich jetzt eben die Wirkung beim Euro-US-Dollar anguckt. Daher ist der Kryptomarkt generell wesentlich leichter zu handeln, zumindest bis jetzt. Und ja, diese drei Faktoren machen den Kryptomarkt natürlich sehr attraktiv für Investitionen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns ganz kurz hier nochmal den zwei Grafiken an, die ich für Sie heute rausgepickt habe. Und zwar haben wir hier einmal eine Grafik zu einer Aufstellung der wichtigsten Kryptowährung. Also Sie müssen jetzt hier nicht genau wissen, wie hoch die Marktkapitalisierung ist oder wie viele Coins es insgesamt gibt, sondern einfach nur mal so die wichtigsten Kryptowährungen hören vom Namen her. Und Sie können eben auch anhand der Marktkapitalisierung einfach mal sehen, wie groß denn überhaupt die Markteinteile sind. Also wir haben natürlich Bitcoin hier an erster Stelle natürlich ganz klar vorne, ungefähr doppelt vom Voodoo um doppelt so groß wie Ethereum. Und so können Sie das eben hier einfach mal sich ein bisschen anschauen, auch gucken, wie viele Coins im Umlauf sind oder wie viel eben täglich hier umgesetzt wird. Das erstmal so als erste Einschätzung für diejenigen, die da eben Interesse haben. Dann habe ich noch eine zweite Grafik für Sie rausgesucht und zwar die mittlere Grafik hier zum Thema Bitcoin. Hier sehen wir nämlich in welcher Währung wie viel Prozent des Bitcoin Umsatzes gemacht wird und das ist insbesondere dann später für die Interpretation der Nachrichten relevant. Die können Sie sich auch aufrufen. Ich werde Ihnen später dann nochmal den Link zur Verfügung stellen. Da können Sie eben einfach mal sehen, in welcher Währung hier eben der größte Umsatz erfolgt. Wir haben, wie Sie sehen hier, der chinesischen Währung bis Ende des Jahres 2016 in China den größten Umsatz gehabt und dann aufgrund von Verboten ist der eben sehr, sehr stark zurückgegangen. Und wir haben eben gesehen, dass in Japan der Anteil eben ja deutlich gestiegen ist, weil dort die Regulierungen eben deutlich lockerer waren als in China. China hat sich eben dazu entschieden, hier deutliche Verbote auszusprechen, sprich inländische Börsen zu verbieten und auch neue Coin-Angebote, also ICOs eben hier zu verbieten. Und momentan sieht man hier, dass über den japanischen Yen ungefähr 40 Prozent des Umsatzes geschaffen wird und beim Euro, beim US-Dollar ist es momentan bei knapp 45 Prozent. Einfach nur mal so als ersten Eindruck, damit Sie mal ein Gefühl dafür bekommen, was denn für den Kryptomarkt relevant ist. Dann kommen wir auch schon zur Marktanalyse. Wir werden uns hier erstmal den Chart angucken. Da werfen wir erstmal einen Blick hier in die X-Station. Ich habe im Vorfeld schon mal was vorbereitet, wie Sie sehen können. Wir werden jetzt einfach erstmal diesen Kursverlauf des letzten Jahres mal so ein bisschen aufarbeiten. Wir haben eben gesehen, wenn wir hier nochmal kurz ein bisschen raus scrollen, seit Anfang 2017 hatten wir einen Preis von knapp 1000 Dollar und im Juni, also Mitte des Jahres, hatten wir bereits eine Verdreifachung. Seit 2017 hat dann eben die Volatilität deutlich zugenommen. Wir haben deutlich stärkere Kursanstiege gesehen und hier gab es dann im September einen ersten größeren Einbruch durch das Verbot in China. Das hat dann eben die Stimmung hier deutlich verschlechtert und durch dieses Tief, was wir hier unten ausgebildet haben, haben wir dann eben einen Aufwärts-Trendkanal ausgebildet. Und im Oktober hat sich der Preis hier bereits versechsfacht. Hier haben wir das erste Mal die 6000-Dollar-Marke erreicht. Das wurde natürlich gestützt durch die extreme Medienpräsenz. Das heißt, alle Nachrichtensender und alle Zeitungen griffen eben das Thema auf und auch alle Anleger wollten eben hier dabei sein. Im November wurde dann dieser Aufwärts-Trendkanal hier mehrmals durchbrochen, einmal nach oben. Dann hatten wir wieder Korrekturbewegungen in Richtung der mittleren Grenze des Aufwärts-Trendkanals. Und ja, am Ende haben sich die Käufer dann aber eben durchgesetzt und wir haben eben wieder deutliche Kursanstiege gesehen in Richtung 8000. Und am 17.11. hier auf dem Niveau gab es dann erste Gerüchte um Bitcoin Futures. Da gab es dann eben daraufhin relativ schnell eine Verzehnfachung des Preises, bis dann eben auch die offiziellen Stellungnahmen der CME und der CBOE, also der zwei wichtigen Börsen in Amerika. Die haben das Ganze dann eben nochmal auf die Spitze getrieben. Wir sehen hier einmal am 1.12. und am 4.12. waren die Ankündigungen und daraufhin waren dann schon im Vorfeld die Reaktionen eben sehr, sehr positiv. Und da haben wir insgesamt eben die stärksten Kursanstiege beim Bitcoin gesehen. Ja, bis zur Einführung hier am 11.12. wurde der Preis dann hier in Richtung 17.000 Dollar getrieben. Und ja, danach gab es dann noch eine letzte Kaufwelle und zwar nämlich bis zum Allzeithoch hier bei 19.578 Dollar. Das heißt, wir haben seit Anfang des Jahres ja fast eine Verzwanzigfachung des Preises gesehen. Und seitdem ging es dann mit dem Kurs steil bergab. Viele hofften nach dieser Einführung der Futures, dass natürlich insbesondere institutionelle, also Anleger, also große Investoren eben auch hier einsteigen. Viele hatten aber auch gewarnt, dass viele Krypto-Besitzer sich auch dazu entschließen oder sich dazu entschließen, das Ganze zu shorten, also auch auf fallende Kurse zu setzen. Ich habe ja eben hier schon mal gezeigt, dass gerade nach diesen Nachrichten, also nach der Ankündigung dieser Einführung von Bitcoin Futures, gab es schon extreme Kursbewegungen nach oben. Und ja, dementsprechend ist es jetzt nicht unbedingt verwunderlich, dass wir hier auch deutliche Korrekturbewegungen gesehen haben. Wir hatten dann hier nochmal den Versuch, hier nach oben zu durchbrechen, ungefähr bei der 17.000 Dollar Marke. Allerdings ist der Versuch eben hier gescheitert und seitdem haben wir dann eben eine Abwärtsbewegung eingeleitet bis zu einem Tiefpunkt hier unten bei 5.900 Dollar. Kommen wir jetzt zur aktuellen Lage bzw. was ist jetzt in den letzten zwei Monaten passiert. Hier kann man einmal diesen Aufwärtstrendkanal noch einmal verlängern und Sie sehen, dass wir hier an der unteren Grenze dieses Aufwärtstrendkanals, der eben seit Beginn des Jahres 2017 eben hier intakt ist, haben wir hier einen Abpraller gesehen. Das heißt, der Markt ist hier erstmal an diese Grenze runter, also zurückgegangen und ist hier, hat hier dann eben wieder gewendet. Und wir sehen, dass wir hier in der Vergangenheit einen sehr, sehr steilen Abwärtstrend gesehen haben, also einen Abwärtstrendkanal. Und den haben wir hier Mitte Februar eben wieder nach oben durchbrechen können. Das war so ein erster Befreiungsschlag für die Bullen und hat natürlich auch vielen Anlegern erstmal wieder Hoffnung gemacht. Und wir haben uns dann auch relativ schnell hier in Richtung dieser großen Abwärtstrendlinie hier zubewegt. Wir hatten dann ein Hoch hier ausgebildet bei knapp 11.700 Dollar. Allerdings blieben dann weitere Kursanstiege aus. Das heißt, wir haben hier technisch gesehen erstmal einen Abpaller gesehen. Und ja, seitdem hat sich der Kurs eben hier wieder ein bisschen zurückgezogen. Was sollten Sie jetzt eben zukünftig beachten? Also wir haben ja jetzt schon mal die wichtigsten Anhaltspunkte oder technischen Niveaus schon mal gesehen. Momentan sieht es so aus, dass der Bitcoin hier möglicherweise weiter nach, sich weiter nach unten bewegen könnte. Zumindest solange wir hier diese Abwärtstrendlinie nicht nach oben durchbrechen. Und solange wir eben auch hier unterhalb dieser Aufwärtstrendlinie uns bewegen, erscheint eben ein Kursszenario hier nach unten am wahrscheinlichsten. Und da wir hier auch mit CFDs, so da dieses Jahr hier mit CFDs handeln, sind Sie ja auch in der Lage, auch auf fallende Kurse zu spekulieren. Man könnte jetzt zum Beispiel auch in kleineren Zeiteinheiten, wie zum Beispiel im Stundenchart oder 15-Minuten-Chart, hier eben nach Einstiegschancen suchen. Und ja, was es zu beachten gibt aus rein technischer Sicht, wäre in einem bärischen Szenario erstmal hier das Niveau bei 7.800 Dollar. Und sollte diese Unterstützung nicht halten, dann könnten wir uns eben in Richtung der unteren Grenze dieses Aufwärtstrendkanals, dem hier in orange, bewegen. Hier hätten wir ein Niveau von ungefähr 6.500, 6.600 und sollte das eben nicht reichen, dann hätten wir hier unten noch das lokale Tief bei 5.900. Und rein technisch gesehen wäre auch hier ein Durchbruch nach unten möglich. Und wie Sie sehen, wäre dann der Weg nach unten auch erst mit frei. Das wäre jetzt ein bärisches Szenario. Wir kommen aber auch nochmal zu einem bullischen Szenario, denn wir haben ja gesehen, dass wir hier Umkehrsignale hatten. Und es gab eben wieder auch Impulse nach oben. Und bisher konnten auch weitere Kursrückgänge erstmal vermieden werden. Das heißt, sollten wir hier diese Aufwärtstrendlinie nach oben durchbrechen und auch diese Abwärtstrendlinie hier überwinden, dann wäre auch relativ schnell ein Kursanstieg in Richtung 11.700 Dollar möglich. Das wäre hier erstmal das lokale Hoch und sollten wir dann dieses Ziel durchbrechen, dann wäre dann eben auch wieder ein weiterer Kursanstieg realistisch. Ob wir dann wieder uns in Richtung Allzeithoch bewegen, das können wir jetzt natürlich noch nicht sagen. Aber kommen wir nochmal zurück zur Präsentation. Und zwar kommen wir jetzt noch zu den Erfolgsfaktoren. Also ich habe für Sie nochmal eine Hilfestellung hier, die Sie nutzen können oder die Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie zukünftig mit Bitcoins handeln. Denn wie Sie gesehen haben, keiner von Ihnen kann wirklich sagen, wo der Bitcoin-Preis jetzt in sechs Monaten oder vielleicht auch zum Ende des Jahres steht. Aber man kann eben, ja, ich kann Ihnen bestimmte Tipps geben und Hilfetools zeigen, die Ihnen Ihre Kaufentscheidung letztendlich vereinfachen. Denn, ja, das Trading basiert ja eben auch auf der Eigeninitiative. Und grundsätzlich kann man sagen, je mehr Informationen, desto einfacher ist natürlich die Interpretation und desto besser kann man eben, ja, seine Entscheidung treffen. Und letztendlich sollte man so wenig dem Zufall überlassen wie möglich. Und wir gehen jetzt erstmal hier einmal auf die Nachrichten ein, wo Sie hier eben darauf achten sollten. Ich habe das erstmal in drei große Kategorien unterteilt, in Art der Nachrichten, Herkunft und Relevanz. Und die Art der Nachrichten kann man grundsätzlich in drei große Kategorien unterteilen. Nämlich einmal in die Umsetzung, in die Regulierung und dann in Meinung. Wir haben ja zum Beispiel gesehen, dass die Einführung von Bitcoin Futures für, ja, den Bitcoin, ja, den Bitcoin für die Finanzwelt deutlich zugänglicher gemacht hat. Und es könnte natürlich auch sein, dass weitere Börsen, weitere Börsen hinzukommen oder eben auch weitere Kryptowährungen ins Programm aufgenommen werden. Sie sollten außerdem auf Nachrichten achten zur Blockchain-Technologie. Das heißt, gibt es hier Forschungsvorschritte, gibt es neue Updates. Und hier gab es zum Beispiel einen Versuch in Südkorea, Verwendungen im Bankensystem zu finden. Das heißt, das sind eben so Anhaltspunkte, die eben für den Kurs, ja, für entscheidende Impulse sorgen könnte. Des Weiteren sollten Sie dann eben darauf achten, ja, ob Bitcoin-Zahlungen akzeptiert werden. Sie sollten sich natürlich auf international agierende Unternehmen fokussieren. Wir hatten zum Beispiel Nachrichten von PwC, KFC in Kanada oder eben auch einem großen Flughafen in Australien. Das sind natürlich erstmal kleine Schritte, aber eben wichtige Schritte. Des Weiteren sind Nachrichten bezüglich der Forks, also der Spaltung, sehr, sehr wichtig. Wir hatten ja gesehen, dass es eine Spaltung von Bitcoin Cash und Gold gab. Das könnte natürlich eben auch zu Impulsen führen und sollten Sie bei Ihrem Traden dann auch berücksichtigen. Dann das Zweite war die Regulierung und grundsätzlich kann man sagen, dass Kryptos bislang nur sehr begrenzt reguliert sind. Regulierung und Vorschriften sind aber eben nichts Schlechtes, denn es kommt eben auch darauf an, an was oder eben in welchem Maß reguliert wird. Das heißt, Sie sollten vor allem die Aufsichtsbehörden hier im Blick behalten. Ein Negativbeispiel der Vergangenheit wäre, wie gesagt, China. Hier gab es zahlreiche Verbote. Das heißt, der Handel wurde einmal verboten, inländische Börsen wurden verboten, die ICOs, also das Herausgeben von neuen Coins wurde verboten und es gab auch sehr kritische Äußerungen zum Thema Mining. Auf der anderen Seite haben wir ein deutlich besseres Beispiel, nämlich Japan, die deutlich toleranter umgegangen sind der Regulierung. Das heißt, hier müssen zum Beispiel Transaktionen gemeldet werden oder Sie haben eben auch versucht, ja, unseriöse Börsenanbieter eben hier aus dem Programm zu nehmen und zu verbieten. Ebenfalls wichtig sind dann auch noch Aussagen von Regierungs- und Zentralbankvertretern, denn das sind letztlich die Personen, die einen großen Einfluss darauf haben, ja, auch diesen rechtlichen Rahmen sozusagen zu schaffen. Das dritte waren die Meinungen, ich meine hier die Meinung von einzelnen Personen oder eben auch von Institutionen, zum Beispiel der CEO von JP Morgan oder eben die norwegische Zentralbank haben sich letztes Jahr dazu geäußert. Und zwar haben sie den Handel oder ihren Mitarbeitern den Handel mit Kryptowährung verboten. Dann gibt es zum Beispiel auch noch Käufe von großen Investoren, die vielleicht veröffentlicht wird. Ein Beispiel, das man hier nennen könnte, wäre Peter Thiel, der eben durch einen großen Kauf von Bitcoins eben, ja, beim Kurs eben für deutliche Impulse gesorgt hat. Dann kommen wir zu der Herkunft. Wie Sie ja gesehen haben, aufgrund des Umsatzes liegt der Fokus der Nachrichten ganz klar in Asien. Das heißt, fokussieren Sie sich auf die Nachrichten aus Japan, Südkorea und möglicherweise auch China. Also nur weil China momentan den Kryptohandel sozusagen ausgesetzt hat, heißt das nicht, dass das auch für immer so bleiben wird. Es kann natürlich sein, dass wenn die Märkte weniger volatil werden und vielleicht die einen oder anderen Länder vielleicht den ersten Schritt machen mit einer Regulierung, dann kann es natürlich auch sein, dass China hier vielleicht wieder den Markt öffnet und, ja, den Bürgern den Handel eben wieder ermöglicht. Und es können natürlich auch andere Länder folgen. Das heißt, auch in Europa und Amerika sollten Sie dann eben auch darauf achten, was es da eben an Nachrichten so gibt. Und dann letztendlich ist die Relevanz natürlich, ja, natürlich wichtig. Sie müssen sich immer die Frage stellen, könnte die Nachricht weltweit Einfluss auf das Kaufverhalten der Anleger haben? Und versuchen Sie wirklich immer, die wichtigen Informationen herauszufiltern. Dann kommen wir noch zur Chart-Technik. Sie kennen bestimmt das Börsensprichwort The Trend is your friend. Märkte bewegen sich immer in Trends und in diesem Kontext erschließt sich eben eine logische Schlussfolgerung, die Sie bei jedem Ihrer Trace berücksichtigen sollten. Das ist wirklich egal, in welchem Zeitintervall, ob Sie jetzt im Tageschart oder eben im 15-Minuten-Chart agieren. Es gibt immer eine bestimmte Reihenfolge, die Sie hier berücksichtigen sollten. Und das ist einmal die Bestimmung der Trendrichtung. Das heißt, Sie müssen erstmal herausfinden, ob Sie sich im Aufwärts-, Abwärts- oder Seitwärts-Trend befinden und, ja, dann eben die Trendphase erkennen. Es kann zum Beispiel sein, dass der Trend sich gerade gewendet hat. Das heißt, wie wir es gerade beim Beispiel, an dem Chart-Beispiel gesehen haben, wäre der Bitcoin sozusagen jetzt noch ein bisschen gestiegen und sozusagen über diese Abwärts-Trendlinie hochgeklettert, dann könnte man sozusagen von dem Beginn eines neuen Trends sprechen. Es kann aber auch sein, dass wenn Sie sich den Chart angucken, dass der Bitcoin-Preis vielleicht sich ja schon in einer fortgeschrittenen Trendphase befindet. Das heißt, der Markt ist schon sehr, sehr stark angestiegen und deswegen, ja, Sie sollten nur wissen, dass man nicht blind in den Markt einfach reingeht, sondern sich eben erstmal daran orientiert, wo man sich dann eben letztendlich im Trend befindet. Und dafür können Sie dann wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen nutzen, also Hoch- und Tiefpunkte, um dann Ihre Ein- und Ausstiege bestmöglich zu teilen. Hier zuerst mal ein Beispiel angenommen, Sie befinden sich jetzt in einem Aufwärts-Trend. Der Trend ist schon stark angestiegen. Das heißt, Sie wollen ja nicht einfach in den Markt reingehen, einfach kaufen und dabei sein, sondern Sie versuchen, Ihren Einstieg bestmöglich zu timen. Das heißt, Sie versuchen erstmal zu warten, dass der Markt vielleicht erstmal wieder fällt, also im Aufwärts-Trend eine leichte Korrekturbewegung ausbildet und dann eben diesen Unterstützungsbereich nutzen, um dann eben einzusteigen. Und die Widerstände, also zum Beispiel Hoch- oder Tiefpunkt, kann man dann eben nutzen, um auch wieder auszusteigen. Sie können sich aber auch dazu entscheiden, möglicherweise ein bestimmtes Kursziel festzulegen und sagen, bei dem Preis möchte ich meine Position wieder schließen. Und Sie haben natürlich auch noch andere Hilfsmittel, zum Beispiel Trendlinien, wie wir das vorhin gesehen haben, Kerzenformationen und natürlich technische Indikatoren, die Sie in der X-Station finden, nutzen können, um dann letztlich Ihre Entscheidung eben zu vereinfachen. Dann habe ich auch noch ein paar allgemeine Tipps. Wie ich schon vorhin sagte, das Trading basiert auf der Eigeninitiative. Das heißt, stellen Sie eine Hypothese auf oder entwickeln Sie eben eine Handelsstrategie. Wir haben ja in den vorherigen Teilen des Webinars schon einigen Input gesehen, einige Ideen, die Sie nutzen können. Und ja, Sie müssen einfach immer begründen, warum Sie eben eine Kauf- oder eine Verkaufsentscheidung eben treffen. Und je mehr Informationen, desto einfacher wird Ihnen eben die Interpretation fallen. Dann der zweite Punkt ist die Disziplin. Halten Sie sich an Ihrer oder halten Sie an Ihrer Idee fest oder eben Ihrem System und versuchen Sie so wenig wie möglich dem Zufall zu überlassen. Und versuchen Sie auch, keine emotionalen oder impulsiven Entscheidungen zu treffen. Dann der dritte Punkt, Geduld. Überstürzen Sie nichts und warten Sie eben auf den richtigen Einstiegspunkt, denn das Timing ist beim Trading das A und O, insbesondere bei den gehebelten Produkten, bei den CFDs. Dann der vierte Punkt, das Risk und Money Management. Sie müssen sich natürlich immer fragen, ob Ihre Positionsgröße angemessen ist und ob Sie wirklich bereit sind, einen bestimmten Betrag X pro Trade zu riskieren. Das hängt natürlich auch davon ab, wie risikobereit Sie sind und vielleicht auch wie erfahren Sie sind. Aber versuchen Sie immer, Ihr Risiko bestmöglich zu minimieren und Ihre Gewinnchancen zu maximieren. Und der letzte Punkt ist eben die Positionsüberwachung und Verwaltung. Viele denken immer, dass mit der Positionsöffnung alles getan ist. Das ist aber eben, also das Gegenteil ist der Fall. Sie müssen nämlich immer weiter analysieren und eben auf Umkehrsignale achten, die möglicherweise auf eine Trendwende hindeuten und dann letztendlich sich kontinuierlich sozusagen Ihre Analyse anpassen und einfach das Ganze weiterhin beobachten. Außerdem sind natürlich auch Teilverkäufe möglich. Das heißt, wenn Sie sagen, der Kurs ist sehr, sehr stark angestiegen und ich denke, dass ich jetzt gerne einen Gewinn mitnehmen möchte, dann können Sie zum Beispiel die Hälfte der Position schließen und sagen, ja, mit der anderen Hälfte spekuliere ich jetzt nochmal auf weitere Anstiege, weil Sie vielleicht sagen, es gibt noch Potenzial, es ist gerade viel Volatilität am Markt und das sind zum Beispiel auch so Sachen, die Sie dann eben nutzen können und dann eben für sich einfach herausfinden müssen, wie Sie am besten damit arbeiten. Es kann auch sein, dass, dass Sie vielleicht sagen, der Markt bewegt sich momentan nicht so sehr, aber Sie sehen vielleicht eine große Chance, dass der Markt eben deutlich steigen kann. Das heißt, Sie warten wieder auf einen Abpraller nach unten und kaufen dann vielleicht nochmal nach und erhöhen Ihre Position vielleicht nochmal um einen bestimmten Prozentsatz. So, dann kommen wir noch zu ein paar abschließenden Worten. Wie Sie sehen, befinden wir uns mitten im Umbruch und ja, wir wissen noch nicht so ganz genau, wo die Reise hingehen soll. Bitcoin ist, wie es auf der offiziellen Website steht, immer noch ein Experiment und es gibt eben viele politische, wirtschaftliche, aber eben auch rechtliche Hürden, die es noch zu überwinden gilt. Aktuell eignet sich der Bitcoin oder andere Kryptowährungen nicht als Wertaufbewahrungsmittel. wie beispielsweise Gold und ja, wenn dann schon eher als Zahlungsmittel, weil Transaktionen eben sehr effizient und sehr schnell abgewickelt werden können. Allerdings kann hier eben auch keine Wertstabilität gewährleistet werden, da die täglichen Schwankungen einfach zu groß sind. Aber wir haben eben gesehen, dass der Bitcoin eben ein sehr, sehr interessantes Spekulationsobjekt ist und aus Sicht eines Traders natürlich ideale Bedingungen bietet, um hier attraktive Renditen zu erzielen. Ja, ich hoffe, wir konnten Ihnen das Bitcoin-Trading ein bisschen näher bringen. Wenn Sie Interesse an weiteren Webinaren haben, ich gehe jeden Dienstag und Donnerstag um 9.30 Uhr auf die wichtigsten Marktgeschehnisse ein, mit einem besonderen Fokus auf dem DAX, Euro, S-Dollar, Gold, Öl und natürlich auch dem Bitcoin. Das heißt, für diejenigen, die ja das Ganze weiterverfolgen möchten und ja, falls Sie einen Wunschmarkt haben, den Sie gerne analysiert bekommen möchten, dann zögern Sie nicht und kontaktieren Sie mich. Sie sehen hier meine E-Mail-Adresse. Das heißt, schicken Sie mir einfach eine E-Mail mit dem entsprechenden Markt. Außerdem haben wir seit letzter Woche unser Krypto-Angebot natürlich erweitert. Neben der Bitcoin gibt es Ethereum, Litecoin, Ripple und Dash und ja, für Sie natürlich auch nochmal hier der Reminder an das Cashback-Angebot von 20%. Das war es für heute. Ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe natürlich, dass Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin viel Erfolg beim Traden und machen Sie es gut. Bis dahin viel Erfolg beim Traden.